Hi Leute, ich bin's ganz kurz. Ich wollte schnell was ankündigen und zwar zwei Sachen. Erstens, ihr habt noch ein Monat Zeit, um eure Kochvideos zu mir zu schicken. Ja, wer jetzt nicht weiß, worum es geht, das Video dazu findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Und ja, ein paar sind schon da auf jeden Fall und ein paar haben sie auch schon angemeldet, die noch welche schicken. Aber ja, ich wollte einfach nochmal dran erinnern. Und das Zweite, weswegen ich eigentlich dieses Video hier mache, ist, dass wir diese Woche oder nächste Woche, je nachdem, wann ich das Video hochlade, heute oder morgen, im Tico Zegalpa in Wismar kochen, also am 4.2. am Mittwoch. Ja, wir das sind in diesem Fall Josef und ich. Und zwar gibt es im Tico jeden Mittwoch vegane Fokü ab 19 Uhr. Ja, falls ihr in der Nähe von Wismar wohnt oder in Wismar sogar und das vielleicht sogar noch nicht kennt, ich schreibe euch die Webseite vom Tico in die Videobeschreibung, könnt ihr mal reinschauen. Und ja, ich freue mich auf euch. Tschö.